heo willkommen zurück bei monster hunter 3 ultimate ja wie ihr gesehen habt gleich im anschluss hier geht es weiter also ich habe die aufnahmen jetzt mal nicht pausiert habe mir einfach gedacht doch komm machst du mal ein stück und ja beim letzten mal haben wir erfolgreich uns die waffenauswahl angesehen und auch geschaut was wir uns als nächstes machen können jetzt fahren wir hier natürlich fort und werden aber einen kleinen abstecher machen in die wüste na musste mich erst mal drehen hier werden ein klein hallo geht doch werden einen kleinen abstecher in die wüste machen denn wir werden jetzt neben den königslutrat natürlich auch noch ein diablo machen müssen denn uns fehlt leider noch ein gedrehtes horn das kriegen wir nur von einem diablos deswegen machen wir diablos jetzt noch mal was haben wir denn so dabei ok ich komme ob wir hier noch kältegetränke drinnen haben hier haben wir genau fünf stück das passt ja super hier so und wenn anschließend noch zeit bleibt im machen wir natürlich noch mal ein könig zu dort haben mich doch um entschieden das könig so dort werde ich trotzdem nicht mit dem jagdhorn machen weil ja ja jetzt ein bisschen für mich zu schwierig beziehungsweise es war ein bisschen doof ich ja auch hier ein bisschen schneller vorankommen jagdhorn werden wir noch öfters benutzen verspreche ich euch und auf jeden fall werde ich das doch mal mit bogen machen damit wir auch noch mal eine andere rüstung sehen und sondern ich hoffe ihr könnt das verstehen und verzeihen der gehörte war genau sieben tag gut wir verlieren hier nicht viel an zeit gerade mal zwei minuten hier vergangen und natürlich gleich beginnen was soll der geiz so gesehen so ich habe jetzt nämlich für die die es vielleicht wissen wollen oder die es interessiert so ein bisschen backseat wissen oder wie man das nennen kann hinter den kulissen keine ahnung ich habe jetzt einfach mal wie man ja wahrscheinlich im schnitt dann sieht wenn man sich beide folgen diese und die letzte was mache ich da diese und die letzte hintereinander angucken würde würde man merken okay der hat direkt dahinter aufgenommen ja ich versuche jetzt mal so einen anderen rhythmus zu finden vielleicht ein bisschen mehr folgen im voraus aufzunehmen was natürlich nicht gegangen wäre jetzt vorher weil ich ja an eure fragen so gesehen gebunden war ich musste erst mal wissen wie ist das mit der waffensammlung wollte das überhaupt hätte ich dann im voraus schon aufgenommen hätte gesagt wollen wir nicht dann wäre natürlich blöd für mich gewesen deswegen mache ich das jetzt mal damit ich zukünftig weil das ist euch wahrscheinlich der der hier meint ein bisschen der tricks uns hier ein aus weil euch ist wahrscheinlich schon aufgefallen die letzten male im monster hunter kam jetzt ein bisschen verzögert eigentlich soll es täglich kommen das war so mein plan täglich monster hunter aber in letzter zeit habe ich es irgendwie nicht geschafft fragt mich nicht warum zeit war eigentlich da oder ist eigentlich da ich habe es aber irgendwie nicht man diablos der hat es irgendwie gerade total merkwürdig ja auf jeden fall bis letzter zeit nicht so wirklich geschafft doch irgendwas aufzunehmen aber ich dachte mir so jetzt ich versuche mal ein bisschen mehrere folgen am stück aufzunehmen um auch dann nicht mehr im verzug zu geraten mit folgen und so was damit ich wirklich immer welche parat habe wenn mein einziges problem ist bloß aber da bin ich ja selber schuld ich habe ja aktuell vier projekte am laufen wovon eigentlich zwei und das ist schon recht ja es hapert schon recht sage ich mal so wovon zwei schon fast ein jahr laufen oder schon ein jahr laufen oh was aber daran liegt dass ich einfach eine lange lange zeit gar nicht dazu gekommen bin wie man wahrscheinlich gemerkt hat diese beiden projekte täglich aufzunehmen die waren eigentlich damals immer fürs wochenende geplant aber ich will die auch mal irgendwann abschließen was ja vielleicht klar ist und deswegen werde ich mal schauen ach man deswegen werde ich mal schauen dass ich die vielleicht so als nächstes aufnehmen zumindest schon mal kingdom hearts weil das neigt sich ja so langsam dem ende da wäre es ein bisschen angebrachter bei legend of the gun habe ich noch nicht so den plan wie ich das machen soll weil wie vielleicht bekannt dem ein oder anderen kenner oder dem kucker des lps hat das spiel komplette vier discs wir sind gerade mal bei disk zwei mitte oder so mitte oder anfang noch so viertel also ein viertel oder so mitte oder ein viertel haben wir schon geschafft ich weiß es schon gar nicht mehr dazu kann ich das spiel nicht mehr so gut aber da müssen wir halt auch oder da muss ich auch mal gucken wie ich das weitermachen soll ja auch sein ende finden aber lasse ich mir noch was einfallen ich muss einfach nur wieder ein rhythmus finden vielleicht mache ich das ja auch so dass ich vielleicht kingdom hearts jetzt am stück so gesehen abdrehe wenn ich's wenn ich's kann also wenn wir die zeit wenn wirklich nicht mehr so viel ist ich weiß nämlich auch bei kingdom hearts leider nicht mehr was jetzt noch direkt alles kommt und das schaue ich dann mal nach aber dann haben wir das schon mal durch so gesehen und dann schaue ich noch dass ich vielleicht bei legend of the gun wirklich wieder sagt jedes wochenende kommen folgen mal gucken wie wie ich das noch vielleicht mache ich ja zwei folgen legend of the gun das schaue ich halt noch mal ne so hier dieses komische ich hau die glaube ich jetzt erstmal hier weg weil die nerven nicht kraterisch super das eine ist tot das andere auch das ist perfekt ja ich weiß nicht was mit diablos gerade los ist ob ich ja nur aus der übung bin oder diablos gerade so ein bisschen nervtötend das war klar das hätte gar nicht funktioniert ach ja eigentlich kann es glaube ich den stein da zerstören deswegen ist es eigentlich ziemlich dumm sich dazu verstecken So, ich probiere mal die Kombination, die super geklappt hat. Hut ab. Ja, und eigentlich läuft ja noch derweil ein anderes Projekt, was ihr vielleicht schon gesehen habt. Baphomets Fluch. Aber da bin ich eigentlich gut der Dinge, weil bei Baphomets Fluch ist ja so, dadurch, dass es so ein Rätsel-Adventure ist. Also an sich Adventure, ein Point and Click. Komme ich da komischerweise von den Aufnahmen her besser so durch, weil, ja weiß nicht, das fesselt so irgendwie. Die restlichen Spiele, wie gesagt, die kenne ich schon. Das war bei Dark Souls nämlich damals auch so. Da reizt mich das nämlich immer noch so, so zu gucken, was kommt jetzt als nächstes. Was erwartet mich jetzt? Ich meine, hier bei Monsterland ist es genauso. Also dadurch, dass es hier halt eher so eine Open... So Open-Kämpfe sind, sage ich mal so. Weil man weiß nie, wie die Kämpfe hier ausgehen. Das kann immer mal sein, wie jetzt zum Beispiel dieses Diablos. Dass man diese Monster halt hier total durchdrehen. Deswegen, hier reizt es mich auch schon. Und auch, dass man hier sich jede Waffe und sowas machen kann. Allein das macht ja auch Monsanto aus. Aber so bei den anderen Spielen, so Kingdom Hearts und Legend of the Gun, das sind halt so... Die kenne ich ja schon von der Story her. Und ich weiß halt schon grundlegend, was passiert. Und ja, ist jetzt ein bisschen durch. Aber hier nochmal für diejenigen, die das halt gerne schauen. Sage ich nochmal hier so eine kleine Entwarnung so gesehen. Oder ich entschärfe mal die Situation. Abbrechen werde ich jetzt beide Projekte nicht. Finde ich auch totaler Quatsch. Weil, wozu sollte ich das jetzt abbrechen? Das waren so gesehen meine Anfangsprojekte. Und das bleibt es auch... Die bleiben halt bestehen. Die werde ich auch abschließen. Sind halt ziemlich lang. Und die Zeit war halt ziemlich knapp. Und auch keine Ahnung, das... Hui, das kriegen wir schon hin, ne? Ich sitze aber mal wieder hier zum Monster Hunter. Ich hoffe ja... Das Diablos gibt uns sein Hörnchen. Vielleicht sollte ich auch mal auf sein Hörnchen schlagen. Also auf den Kopf. Aber guck mal, selbst, dass es Hunger hat, ne? Macht es total, äh... Das war doof. Macht es immer noch total Nervtöten, finde ich. So, ich hoffe mal, ich kriege hier noch was kaputt am Köpfchen. Noa, was? Das war gerade knapp. Ich dachte gerade so, okay. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob bei Diablos, äh... Der Hörschutzbrust wirkt hier nicht. Hätte ich mir schon denken können. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob bei... Diablos es zwingend nötig ist. Hier auf den Kopf zu hauen, um, äh... Die Hörner zu kriegen. Also, äh... Die am Ende zu bekommen. Aber ich glaube schon. Ich bin mir halt echt nicht sicher. Weil es sind... Manche, manche Dinge sind hier so bei Monster Hunter ein bisschen... Wie soll man sagen? Unvergestaltet ist jetzt ein falsches Wort. Aber manche Dinge sind hier halt so gestaltet, dass man die nur bekommt, wenn man halt was Bestimmtes erfüllt. Und bei dem Horn bin ich mir halt nicht sicher. Zum Beispiel bei Ratholos weiß ich... Äh, was jetzt so Platte Rubin und was weiß ich hier... Diese himmlischen Schuppen und sowas betrifft. Da weiß ich, dass die auch so kommen können. Da muss man jetzt nichts Bestimmtes, ähm... Abschlagen. Ich finde auch lustig, dass viele Leute sagen... Ähm... Da können sie sich ja mal die, äh, Tabellen und sowas abgucken. Die es ja auch Vicky gibt, diese, äh, Wahrscheinlichkeiten. Viele Leute sagen halt, wenn man das Monster fängt... Ähm... Diese Teile zu kriegen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das bei Ratholos war. Aber ich hab mir das mal durchgelesen beim Vicky. Und, ähm... Fangen bedeutet eigentlich nur... Hier bei Monster Hunter... Dass die Beute an sich... So, an sich die Materialien, die man kriegt und so, die fallen... Mehr aus. Weil wenn man das Monster besiegt, ist ja klar... Dann kann man das Monster halt, äh, mehrmals ausnehmen. Je nachdem, wie es, äh, halt in dem Monster steht, so gesehen. Wenn das Monster steht, so... Ähm, kann man das halt mehrmals ausnehmen. Und, äh, hat noch zusätzlich die, äh, Belohnung in der Truhe. Am Ende. Und wenn man fängt, kann man halt dieses Ausnehmen nicht mehr machen. Deswegen hat man... Immer... Wenn man es fängt, oder beziehungsweise überwiegend, nicht immer. Gibt auch, äh, andere Beispiele. Deswegen hat man überwiegend, ähm... Ja, mehr Teile in der Truhe als, äh... Ja, beim Besiegen. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, wenn man es fängt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, diesen seltenen Gegenstand, wie zum Beispiel jetzt eine himmlische Schuppe oder Rubin zu kriegen. Das ist nicht so ganz richtig. Denn es gibt immer eine Wahrscheinlichkeit, äh, was man erfüllen kann. Um am Ende in der Truhe oder auch als, äh, Glitzergegenstand diesen Gegenstand zu bekommen. Beispielsweise, äh, wenn man bei Rathalos oder so den Schweif abschlägt. Gibt es eine bestimmte prozentuale Chance, äh, in diesem Schweif, wenn man ihn ausnimmt, äh, diesen Rubin oder himmlische Schuppe zu kriegen. Bei wie viel die liegt, weiß ich jetzt nicht. Müsste ich halt mal nachgucken. Und, ähm, diese selbe Chance gibt es auch, wenn man es fängt. Aber diese Chancen sind meist, ich weiß jetzt nicht, wie es bei jedem Monster ist, aber bei Brachidios zum Beispiel habe ich es gesehen. Ähm, die Chance, wenn man es fängt, äh, dann seinen, äh, komischen Brachistein zu kriegen, seinen Brachidios-Stein, ist geringer, als wenn man, ähm, seine genannten Teile abschlägt. Wie zum Beispiel Schweif oder sowas. Deswegen finde ich immer lustig, wenn Leute sagen, wir fangen es, da ist die Chance höher. Das stimmt nicht so ganz. Man hat, glaube ich, nur das Gefühl, als wenn es höher ist. Aber in Wirklichkeit, ähm, Ja, ist die Chance sogar geringer, wenn man dem Wiki so gesehen nahe Vertrauen schenkt. Ich weiß es nicht, ähm, für mich sind die Chancen halt eigentlich immer gleich. Also, ob ich es jetzt fange oder besiege. Ich habe jetzt nicht irgendwo gefühlt, wenn ich mal solche Teile abgefarmt habe, dass es irgendwo schneller geht. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand, ähm, Monster zehn, zehnmal tötet und das Teil nicht hat und dann auf einmal das Monster fängt und beim Fangen nach dem dritten Versuch schon, ähm, das Teil gekriegt hat, ist klar, dass derjenige dann sagen würde, äh, Ja, beim Fangen habe ich es, äh, schneller gekriegt. Als, äh, beim, als beim, äh, Killen. Also, als beim Töten des Monsters. Aber das heißt ja nicht zwingend, äh, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt höher war. Das heißt einfach nur, er hatte beim Fangen halt mehr Glück gehabt. Er hatte halt mehr Glück, dass es schon beim dritten Versuch geklappt hat. Genauso hätte es aber auch umgekehrt sein können. Er hätte auch das Monster zuerst zehnmal fangen können und anschließend sagt er sich, okay, jetzt, äh, werde ich es dreimal töten. Das ist einfach für mich leichter. Und kriegt dann plötzlich den, äh, dieses, äh, gewünschte Teil. Dieses seltene Teil. Kann natürlich auch passieren. Aber so weit sind die Wahrscheinlichkeiten eigentlich immer gleich. Und, ähm, ja, selbst wenn jetzt Leute sagen, nee, aber da ist es höher. Gut, das kann sein, dass es beim Fangen höher ist, aber dann auch nicht gleich um, was weiß ich, 100% oder so. Das ist ja totaler Quatsch. Weil, soweit ich das immer gelesen hab, beispielsweise, äh, bei Zinogre, oder war das auch bei Brachidios, irgendwo hat man eine bestimmte prozentuale Chance, ähm, ich glaub beim Schweif, 4% oder so den Stein zu kriegen. Und beim Fangen dann 5% oder so was. Das ist halt das, das Doofe, so gesehen, ne? Chancen mögen zwar höher sein, aber 1% höher, Wahnsinn. Das heißt nicht gleich, dass dieser 1% sich total bemerkbar macht. Das Beste ist einfach, ähm, die schnellste Methode für euch zu suchen. Das kann ich nur so als Tipp vielleicht geben. Wenn ihr mal solche Teile, äh, ja, wenn ihr mal solche Teile irgendwie, äh, sammeln wollt und die einfach nicht kriegt, sucht euch einfach die schnellste Methode. Guckt einfach, was ist schneller. Ist das Töten schneller oder ist, ähm, das Fangen schneller, weil man muss das halt abwiegen können. Je nach Monster auch. Zum Beispiel, ich finde, bei Brachidios ging für mich das Töten schneller. Ja, in dem Sinne, weil man erstens, ähm, wenn man das in der Gruppe gemacht hat, sehr schwer gesehen hat, wann dieses Monster anfängt zu hinken. Weil es manchmal nicht gehinkt hat. Es hat einfach mal weitergekämpft. Deswegen, dass, ähm, darauf jetzt noch sich zurückzuhalten, so gesehen, mit den Schlägen und zu warten. Ja, wann hinkst denn du? Er hat mir viel zu lang gedauert. Und zweitens, dann erst mal die Falle aufstellen und das darauf warten, bis es da mal reinspringt. Das ist mir auch dann noch, äh, zu viel Wartezeit. Und ich persönlich habe immer das Gefühl, dass Töten einfach schneller geht. Es sei denn, man hat vor sich ein Monster. Jetzt auch ein Singleplayer, sagen wir mal so, falls man jetzt nicht online spielt, sondern wenn man jetzt in der Offline, äh, Dings hier spielt und ihr seid jetzt, äh, gerade dabei, eine bestimmte Rüstung zu sammeln und, äh, habt vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, online zu spielen und wollt euch auch, wenn die Rüstung sammeln, dann ist es natürlich besser, falls die Rüstung nicht so wirklich, ähm, die Beste ist, ja, zu fangen. Also, falls auch die Waffe nicht die Beste ist, Rüstung und Waffe nicht die Besten sind, dann ist es natürlich immer besser, dann das Monster zu fangen, weil das spart echt, äh, Zeit dann für euch und Nerven. Falls natürlich auch gegen dieses Monster nicht so wirklich, äh, ja, wie soll man sagen, äh, falls ihr gegen dieses Monster nicht wirklich Erfahrung habt und eher so wie ich gerade hier von Diablos eher nur hin und her geschubst werdet, was auch immer das gerade war, ne, irgendwie, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz komisches Diablos gerade. Es verbraucht erstens 5 Millionen Ressourcen, also hier jetzt, ne, Tränke und sowas und zweitens ist total am Austicken gerade, es schubst mich nur hin und her. Naja, auf jeden Fall mein Tipp für euch, um das nochmal hier wieder aufleben zu lassen, einfach, ähm, das Beste, den besten Stil für euch aussuchen, was findet ihr besser, findet ihr Fang schneller, findet ihr das Töten schneller und je nach 10 euren Spielstil halt beibehalten, ne. So wie ich schon sehe, von der Zeit her wird leider ein, äh, Königs-Luthorot nicht mehr reinpassen, weil Diablos einfach meint, nö, ich muss ein bisschen rumzicken, schlimm, schlimm, schlimm. So, mein Lieber. Oh, da habe ich es geschafft, das zweite Horn noch abzubrechen, das ist super. Ja, komm, jetzt, das gedrehte Horn dürfte ich jetzt aber dann kriegen, ne. Das war, äh, Kayambo oder Cha-Cha. Super, ich würde hier gerne irgendwie Good Job schreiben oder so, aber geht ja hier nicht. Haben wir ja hier gar nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zweimal, äh, Horn getroffen. Mal sehen, ob uns das Glück heult ist und wir auch das gedrehte Horn kriegen. Ansonsten haben wir das schöne Glück, es nochmal zu versuchen. Dann in der übernächsten Folge nochmal gegen Diablos. Und wenn wir Glück haben, noch mehr Glück haben, dann haben wir wieder so eins. Oder noch ein schlimmeres. Ich muss gerade sagen, echt, das war gerade ein bisschen nervtötend. Selbst das in der, äh, in der Session, wo wir das das erste Mal bekämpft haben. Selbst da war es, ähm, nicht so anstrengend. Oh, es hat sogar die Augen zu. Wenn es stirbt. Naja, merkwürdig, merkwürdig. Das war gerade echt, äh, ein penetrantes Vieh. Um es mal so auszudrücken. Aber wir haben es trotzdem geschafft und haben wir ein gedrehtes Horn gekriegt. Äh, Reißzahn, Reißzahn, Reißzahn. Komm schon. Erhabenes Horn. Natürlich. Danke, Spiel. Das ist total, dieses Edgy Badge vom Spiel. Sagt jetzt, ha, 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 ha. Kriegst du nicht, kriegst du nicht. Ja, das Spiel ist uns, wie ich schon sagte, wie immer hold, ne? Das will nur unser Bestes. Äh, wir haben ein gedrehtes Horn gleich fünfmal gekriegt, wie man gesehen hat. Ach ja. Vielleicht hätte ich mehr Glück gehabt, wenn ich, ähm, eventuell doch nicht die beiden abgeschlagen hätte. Vielleicht nur das eine. Na gut. Leider bleibt jetzt nicht mehr so viel Zeit übrig, um jetzt noch einen Königsgutrotz zu machen. Ich werde mich aber schon mal rüsten für dieses. Damit wir eventuell in der nächsten Folge, oder nicht eventuell, damit wir gleich in der nächsten Folge dagegen kämpfen können, ne? So, dafür nehmen wir jetzt hier hungriger Pekko. Habe ich ja schon erwähnt. Ich nehme den Feuerbogen, natürlich. Ähm, ich hasse das manchmal, wenn hier irgendwelche Boxen oder sowas im Weg sind. Kann man nicht mehr die beiden hier ansprechen. So, Fertigkeiten wählen. Du kriegst den Feuerangriff hier mal rein. Pam. Und du, Cha-Cha, hast uns natürlich hier Vogelweibernreiß-Szene mitgebracht. Das ist super lieb von dir. Die, äh, haben uns noch gefehlt in der Sammlung. Ich bin stolz auf dich, dass du das getan hast. Du kriegst auch Feuerangriff rein. Und diesmal verabschieden wir uns wieder hier im Zimmerchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wahrscheinlich nicht, äh, im Übergang, sondern wieder, ja, in einer anderen Position. Vielleicht wieder vorne im Dorf. Weil ich die Aufnahmen jetzt erstmal wieder hier beende. Aber, ich hoffe, es hat euch, äh, ja, gefallen. Und wir sehen uns halt beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dann. Toodoloohooo. Vielen Dank.